Hier bin ich an der Gedenkstätte vom Hartmannsvillakopf. Hier war im Ersten Weltkrieg Schlachtgebiet zwischen Deutschen und Franzosen, Westfront. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dort im Hintergrund, das mit dem weißen Kreuz, der Berg, das ist der Hartmannsvillakopf. Hier sind einige der Gräber der Gefallenen, die in den Kämpfen hier um den Hartmannsvillakopf umgekommen sind. Hier sieht man den Friedhof 1928. 2028. 2028. 2029. 2231. 2131. 2231. 2231. 2331. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020